Admiral, die USS Tampa Bay wird vermisst, nördlich von Kohler. Sir, es ist ein Duell unter dem Eis. Sie wissen Bescheid, dass ein Hunter-Killer eingesetzt werden soll. Wir müssen Gewässer durchfahren, die noch kein amerikanisches U-Boot durchfahren hat. Die Tauchvorgang einleiten. Wir sehen hier die aggressivste Mobilmachung in der russischen Geschichte. Der russische Präsident und sein Verteidigungsminister Durow wurden von uns überwacht. Das ist ein Coup. Es geht um einen abtrünnigen Minister. Was wäre, wenn wir Präsident Zakarin rausholen? Wir retten den russischen Präsidenten. Die Überwachung an Land ist einsatzbereit. Käpt'n, Ihre Befehle? Vier unserer Männer gehen an Land, um den russischen Präsidenten zu holen. Los, los, los! Wenn wir das nicht durchziehen, wird der dritte Weltkrieg ausbrechen. Wir haben es mit einem Verrückten zu tun. Feuer! Oh mein Gott. Haben wir einen Krieg angefangen? Nein, aber vielleicht sind wir in einen Reim geworden. Strafton! Ich habe meine Männer und mein Boot riskiert. Kampfstation. Hier geht es um unsere Zukunft. Volle Platzengeschwindigkeit! Bereit machen Sie einen Ritter!